Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, wir waren letztes Mal hier weiter auf der anderen Flussseite uns am Expandieren. Und wir haben bei der letzten Folge tatsächlich unsere Schifffahrt aufgebaut. Hier unten die, ihr seht's. Und um den Verkehr einfach ein bisschen zu entlasten. So, und ja, unsere Weiteraufgabe besteht eigentlich jetzt einfach nur darin, ja, uns zu expandieren. Genau, uns zu expandieren. Und da würde ich vorschlagen, machen wir das einfach mal weiter. Ich hätte hier unten gerne eine Auffahrt, weil irgendwie müssen die Leute ja auch dahin kommen. So, und genau, so geht's dann im Prinzip weiter hier mit SimCity 4. Genau, indem wir einfach hier weiter expandieren. So, das freut mich, dass wir so gut hier zurechtkommen wieder. Wir sind auch finanzmäßig wieder gut im Plus. Liegt auch daran, dass ich die Bildung runtergeschraubt habe. Aber mein Gott, wenn die Lehrer halt streiken... Oh, schaut mal, die streiken in der Hochschule. Ich sag's mal so, wenn die Lehrer halt streiken, dann machen wir es halt pro Schule. Ne, dann geben wir denen halt pro Schüler ihre Finanzmittel und dann ist gut. Also pro Schule ihre Finanzmittel und dann ist gut, würde ich sagen. So, gut. Hier unser Hafen. Ja, wird ganz gut genutzt, ne? Also zumindest der hier. Gut. Oh, was habt ihr denn? Warum was? Aufgrund langer Pendelstrecke verlassen. Ah. Okay, das heißt, wir brauchen hier Jobs. Dann geben wir denen doch Jobs. Ja. Würde ich vorschlagen, machen wir das. Einbahnstraße. Es ist so gut, dass wir das mit den Einbahnstraßen rausgefunden haben. Dass das so gut funktioniert, das ist wirklich genial. So. Oh, da macht das mal bitte so, genau. Ah, ja, wobei. Mach das mal, mach mal so, genau. Dann haben wir jetzt nämlich überall eine Verbindung. Da können wir hier schön Gewerbejobs reinmachen. So, weil die schreien hier vorförmlich nach Jobs, deswegen. Geben wir denen halt ihre Jobs. Gut, alles klar. Auch so ein kleines 2x2 Gebäude. Ich meine, da kann ja auch sein, dass da was Gutes rauskommt, ne? Nicht wahr? So. Zweite von drei Folgen SimCity diese Woche. Finde ich gut, dass wir jetzt hier so einen kleinen Rhythmus gefunden haben. Weil es ist doch noch einiges zu tun, diesem Projekt. Und um voranzukommen, ist das schon ganz gut so. Ja. Zack, zack. So. Oh, okay. Ab zum Hafen, würde ich sagen. Mit der U-Bahn. Okay. Gut, dann verbinden wir den Kram mal. So. Damit sie ja nicht meckern können, von wegen, äh, keine Verkehrsanbindung, ne? Warum werdet ihr braun? Das verstehe ich jetzt gerade nicht, Leute. Warum? Was ist los mit euch? Ihr habt doch gar nicht so eine lange Pendelverkehrsstrecke. Was soll denn das? Oh, ja, vorbei. Wie fährt, wie fahren die denn? Die fahren hier los? Und drehen hier einen Kreis irgendwie und fahren wieder zurück, oder was? Fahr mit der Motorrad nach da oben. Okay. Ähm, interessant. Verdammt interessant, ja. So, du bist wieder verlassen? Ne, du bist voll. Okay, sehr schön. So, wir sind bei plus 12.000. Das heißt, wir können die Bildung wieder ein bisschen hochschrauben. So. Ja, 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 ja. Lehrpersonal nimmt Streik. Äh, nimmt Auszeitstreik. Ähm, und dann... Äh, wobei brauchen wir tatsächlich hier noch eine Monerade? Ne, ich denke nicht. Ähm, reißen wir das Ding hier mal wieder ab, das Stück. So. Und, äh, dann machen wir das einfach so. Zack. muss erstmal reichen, weil ich brauche ja auch ein bisschen Platz zum Bauern. Alles klar. Dann machen wir hier mal ein 4x4 hin. Direkt am Hafen. Das ist doch eigentlich ganz cool. Haben wir hier schön. Ah, was mir noch auffällt. Was mir noch einfällt. Ich bin in meinem privaten Durchgang an einen Punkt gekommen, wo die Nachfragen tatsächlich auf Null stand. Komplett Null. Das heißt, weder positiv noch negativ. Das liegt daran, dass wir eine bestimmte Grenze erreicht haben. Das nennt sich ein Cap in diesem Spiel. Also ein Einwohner Cap oder ein Gewerbe Cap. Und um das einfach zu umgehen, würde ich sagen, bauen wir ein spezielles Gebäude hier hin. Und zwar dieses Sensors Repository Facility. Das ist nichts anderes als eine Volksbefragung, wie es sie hier in Deutschland auch gibt, den Zensus. Und da seht ihr es. Wir haben hier verschiedene Caps. Und wenn die auf 100 steht, das heißt 100%, das heißt maximal Bevölkerung ist erreicht. Das heißt, da müssten wir wieder irgendwas tun, um mehr Einwohner anzulocken. Und das gleiche gilt auch für Gewerbe. Und Industrie ist hier nicht aufgeführt, hier unten zwar. Aber okay. Hier sehen wir auch, wie viele Jobs und wie viele Bewohner wir haben. Das heißt, wir müssen nicht immer raus aus der Map springen, sondern können das ganz einfach hier über diesen dieses Gebäude prüfen. So. Und dass der jetzt aber mittleres auf... Ja, 99. Okay. Das heißt, es ist runtergegangen. Mittlere Gebäude brauchen wir nicht ganz so viel. Okay. Warum? Das sind aber Jobs, die da kommen. Das sind Jobs. Ja, das sind Jobs. Sehr schön, weil die Gebäude machen mich langsam ein bisschen nervös, muss ich sagen. Die machen mich echt ein bisschen nervös. So. Aber da kommt doch was Schickes. Wunderschön. Wunderschön, Freunde. Das Projekt geht weiter. Ja, das sieht richtig geil aus hier. Guckt euch das an. Der Chilito Tower. Sehr gut. Reiche Büros. Direkt unter Denkmalschutz hier. So. Und ihr habt hier irgendwie was... Versputzung. Ne, Versputzung ist eigentlich gering, ne? Landwert hoch. Schon über Krankenhausniveau. Gering. Ja, das ist... Wie gesagt, also... Ich würde die gerne nochmal neu aufbauen lassen. Kommt. Dann baut euch nochmal neu auf. Auch wenn das Geld kostet. Weil bei den Finanzen ist es ja auch so, Freunde, dass... Wachengebäude. Cool. Es ist ja auch bei den Finanzen so, dass natürlich diese neu... Wenn wir Gebäude abreißen... Und das dann neu aufgebaut wird... Dann müssen die Leute natürlich erst mal ihre Schulbildung kriegen. Ja? Und, ähm... Wenn die die Schulbildung nicht kriegen, die Leute können die auch nicht in so Büros arbeiten. Ihr seht das, wenn ich jetzt mal die Bildung anmache, ist es noch komplett rot, ne? Das dauert halt seine Zeit, bis die Leute halt einen Bildungsstand kriegen. Und bis die, äh... Gewerbenachfrage generieren. Deshalb würde ich vorschlagen... Ähm... Wartet mal. Wir brauchen auch noch eine städtische Hochschule. Mal gucken mal. Die kostet nämlich gar nicht so viel, die städtische Hochschule. Pro Monat. Ähm... Die Hochschulen sind nämlich auch verdammt wichtig, ey. Habe ich auch in meinem Privatdurchgang gelernt. Weil schau dich das an. So viel Nachfrage nach Hochschulen. Also die... Da brauchen wir wirklich einen Dreierpack. Bei der Bildung. So. Dann gucken wir doch mal. Die Bildung, ihr seht's, die wird langsam orange. Oh, Luftverschmutzung. Oh. Okay. Wir brauchen hier ein Anti-Luftverschmutzungsgebäude. Wartet mal. Habe dieses Ding halt hier hin. So. Habe ich da noch gar keins hier hingebaut? Ach, krass. Okay. Ja, dann... Dann ist das klar. Verkehr. Wie sieht's da aus? Ist noch relativ grün tatsächlich. Ähm... Das ist gut. Außerhalb die ein oder andere... Zonen. Die ein oder andere Einbahnstraße hier, ne? Ähm... Hm, ja. Man kann's halt nicht einrichten, dass man das... Dass es komplett grün ist. Das geht einfach nicht. Ne? Deshalb, ähm... Ja. Geht's einfach so weiter. Ähm... Wie gesagt, ich lasse den Steuersatz in Ruhe. In meinem Privatdurchgang bin ich tatsächlich hier auf 5... 5% Steuern und beim Gewerbe auf 4,5% Steuern. Und das hat nicht so viel gebracht. Also, ähm... Wenn wir irgendwie wieder Nachfrage nach Einwohnern brauchen, baue ich einfach, äh... Die, äh... Großen Plazas. Weil da haben wir ja beim letzten Mal schon gesagt, dass die viel bringen. So, und das kommt wieder... Oh, schau dich die Nachfrage an. Das ist ein Traum. Das ist einfach ein Traum. Ein Traum, so SimCity zu spielen. Ganz ehrlich. Mein Privatdurchgang ist natürlich so ein Krampf geworden. So, ähm... Einbahnstraße, bitte. Dann. Einmal so. Und einmal so. Und dann einmal hier rein. Ah, genau. Perfekt, Freunde. Das ist gut. So, da können wir hier noch... Ah, nein! Ah, ich Idiot. Ich Idiot, Freunde. Das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Da hat einfach, äh... Ja. Da haben die Leute ihre Existenz wegen... Wegen meiner idiotischen... Was soll ich das sagen? Wegen meiner Idiot... Wir haben eben eine idiotische Hand verloren. Das tut mir leid. Ach, meine Uhr klingelt. Pfff. Gar nicht gehört. Fast. So, okay. Dann. Das heißt, ihr habt... Ihr seid schon angebunden. Okay. Das heißt, ihr da oben ihr habt. Dann machen wir hier unten noch was hin. Nämlich ein Dreierpack an Verkehr aus. Bestehend aus, äh... Monorail-Zugang. Bushaltestelle. Und U-Bahn-Station. Dann habt ihr wirklich, äh... Nichts zu meckern, was die Verkehrsanbindung angeht bei euch, ne? So. Alles klar. Ähm... Jawohl. Dann geht's weiter hier. So. Und so. Genau. Und da wären wir auch schon durch jetzt. Für dieses Gebiet. So. Ach. Schaut euch das an hier. Uh. Uh. Was kommt denn da? Ein neues Gebäude. Sea View Tower 2. Jo. Das sieht schick aus. Ein neues Gebäude, liebe Freunde. Jawohl. Haha. Wow. Mit einem eigenen, äh... Swimmingpool unten dran. Hätte ich auch gerne. Ganz ehrlich, hätte ich auch gerne. Also die Leute haben es hier teilweise echt gut, muss ich sagen. So, dann können wir hier unten auch nochmal ein und vier mal vier Haus machen, oder? Dreimal vier. Ja, passt aber. So. Ja, genau. Okay, ja. Aber das geht. Und, ähm... Genau. Allerdings ist mein Plan dennoch. Ähm... Hier bei SimCity 4. Ähm... Können wir die Bildung wieder bis hin aufschrauben? So. Bei SimCity 4 noch einen Vorort tatsächlich zu machen für die Hauptstadt, weil mir hattet in den Kommentaren angemerkt, dass es, ähm, ein bisschen eintüchtig ist, wenn alles auf, äh, Wolkenkratzer passiert ist, äh, ja, gebe ich euch recht. Von daher, ähm, das machen wir. Also wenn, ähm, jawohl, wird voll genutzt hier, ähm, wie gesagt, wenn wir hier mit durch sind, machen wir noch einen vor Ort, beziehungsweise kurz bevor wir hier mit durch sind, machen wir noch einen vor Ort, und dann, äh, haben wir es geschafft mit SimCity 4 hier, Mensch. Aber wie gesagt, bis dahin dauert das noch eine fette Weile. So. Was mich auch sehr freut. Alles klar. Ähm... Gut, dann geht's mal hier rein. Und zack. Und zack mal, wie ist man hier... Diesmal denken wir dran, eine Straßenverbindung zu machen. So. Okay, wunderbar. Ähm... Dann brauchen wir Bushaltstellen und U-Bahn fürs neue Gewerbegebiet hier. So. Wunderbar. Zack, zack, zack. Zack. Ja, ihr seht's schon, ne? Wir haben mittlerweile so eine Stadtgröße erreicht. 1,5 Milliarden Einwohner. Wo, ähm, das Spiel langsam, aber sicher länger braucht, äh, die U-Bahn an sich zu laden. Und, äh, das ist ziemlich krass. Tatsächlich. Dass wir schon so weit fortgeschritten sind. Ich meine, in meinem Privatdurchgang... Ach, verdammt! Ach, verdammt! Scheiße gelaufen. Wartet mal. In meinem Privatdurchgang ist es tatsächlich so, dass, ähm, ich bei zwei Millionen angekommen bin und dann das Spiel gesagt hat, nö, jetzt will ich es nicht mehr. Tö, äh, das ist tatsächlich, äh, ja, soll ich das so sagen? Das Spiel wollte mich, hat mich da nicht mehr gemocht. Und, äh, ja, was soll man da machen, ne? Das ist dann halt so. Beziehungsweise, da muss man schon mehr überlegen. Aber was jetzt hier das Let's Play angeht, tatsächlich, äh, äh, nö, tatsächlich ist bis jetzt noch alles gut. Das finde ich, äh, sehr gut. So, ist auch direkt miteinander verbunden, alles klar, sodass wir hier schön nochmal eine Einbahnstraße hochbauen können. Beziehungsweise, ja, bis hier. Und dann hier oben einfach ausnahmsweise mal eine Landstraße. So, dann können wir weitere Gewerbegebiete. So, perfekt. Geile Bucke hier. Tick, tick, tick. So, das passt. Ah, ist ja, jede Menge Sheraton Hotels. Finde ich gut. Ähm, ja, jede Menge Sheraton Hotels. Sau interessant. So, dann machen wir einmal Bäume, Bäume, Bäume. Jawohl, schaut euch mal das da oben an. Da kommen wieder die, die Hochhäuser hier. So, Wasser habt ihr aber, ne? Wasser habt ihr, jawohl. Nachfrage ist auch noch da. Finde ich sehr gut. Steuersorgen zerstören das Geschäft von morgen. Ja, das Gewerbe fragt nach einer Steuersenkung. Ich lasse das erstmal. Weil, solange wir noch eine Nachfrage haben, lassen wir das, lassen wir das schön bleiben mit der Steuersenkung. Weil, wie ich beim letzten Mal schon sagte, einmal angefangen, ja, einmal angefangen ist es wirklich schwer, da wieder rauszukommen aus dem Zyklus. Mit der Steuersenkung. Gut, äh, dann machen wir folgendes. Wir machen hier noch zwei Wohngebiete hin. Ja, ihr seht's, ne, wir haben einen guten Fortschritt hier in dieser Folge. Was ich auch sehr gut finde, tatsächlich, weil, äh, wie gesagt, freut mich immer, wenn's weitergeht. So. Können wir hier einmal Bushaltestelle und einmal U-Bahn-Station hin machen. So, U-Bahn-Station bitte verbinden. Wie gesagt, wir sind ja bei anderthalb Millen, äh, Einwohner angekommen. Das ist auch eine ordentlich krasse Kennzahl. Zack, 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 zack. So, und wir brauchen Bäume, natürlich, was auch sonst. Na ja, Frage ist nach wie vor da, das ist gut. Ach, der ist einfach so entspannt. Ich weiß auch nicht. Na, das ist einfach so gut. So, noch eine Station hier. So, und dann könnten die eigentlich hier einziehen. Meine Schule und sowas haben sie noch da oben. Krankenhaus haben sie auch noch, okay. Ja, 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 genau, dann machen wir es einfach so kommt. So, und, äh, so, genau. Jawohl, da kommen sie doch. Da kommen sie doch schon. Sehr schön. Alles klar, dann Bäume, Bäume, Bäume. Hier auch. Und, äh, dann kommen wir tatsächlich jetzt so langsam an den Zeitpunkt. Dass wir hier an dieser Stelle zwei Flughäfen bauen. Ne, wir bauen mal die Straße weiter bis an den Rand. Wahrscheinlich, wir sind schon fast am Rand angekommen hier. Und dann ist es nur noch dieser Bereich. Also, es ist nicht mehr, ja, sagen wir es mal so, es ist noch einiges, klar. Aber es ist nicht mehr so unübersichtlich viel. Von daher, schaut mal, schaut mal, ist das mal an hier. Wir können wieder die Bildung hochschrauben. Das ist so gut gerade. Was? Was? Wie? Ach so. Jetzt haut doch mal ab mit eurer Steuersenkung. Ihr kriegt keine Steuersenkung. Wir haben noch Nachfrage nach Gewerbe. So. Ähm. Genau, wir wollten ja Flughäfen bauen. Ja, noch mal zwei Stück für die Gewerbenachfrage. Es sind zwei tatsächlich und ich würde vorschlagen, jawohl, machen wir die an den Kartenrand. Ich versuche die Karten natürlich auch voll. Aber, äh, nee, machen wir es tatsächlich so. Und machen hier eine, ausnahmsweise mal eine Landstraße hin. So, und machen hier so, zack. Und da können nämlich hier oben wieder schöne, ähm, Gewerbegebiete hin. Neben eine Polizeistation. So, genau. Und dann können wir da nämlich noch eine Feuerwehr reinmachen. Die nächsten Flughäfen. Weil ihr seht, die werden... Ja, müssen wir hier noch mal eine machen. Aber ihr seht, die Flughäfen werden schon genutzt. Ne, und zwar beide. Das heißt, jawohl, es war eine goldrichtige Entscheidung, diese Flughäfen hier hinzubauen. So, dann würde ich vorschlagen, jawohl, ähm, machen wir mal hier weiter die Wasserinfrastruktur. So, das war ein bisschen zu nah dran, aber das passt. So. So, und, äh, so müsste das passen. Oder? So müsste es passen. Jawohl, sehr gut. Und, genau, da können wir hier nämlich jetzt neue Gewerbegebiete... Oh. Ah, okay, das heißt, wir haben hier, ähm, fälschlicherweise ein Fünfergebiet aufgebaut. Okay. Die Straße hier ist nicht verbunden. So, jetzt ist sie verbunden. So, dann Bäume, Bäume, Bäume. Jawohl, Freunde, schau euch das an. Da kommen wieder neue Jobs. So, oh, wir haben wieder mehr Kosten. Ja, baut euch mal auf, bitte. Wow. Was für Riesenklötze. Die Chong AG. Sehr, sehr cool. Und, wie sieht es aus? Ja, wir müssen Bildung wieder ein bisschen runterschrauben, tatsächlich. So, sorry, aber es muss sein. Alles klar. So, Freunde, dann... Steuersorgen, Bandagenblues, aha. Jetzt heißt, wir brauchen hier unten ein zweites Krankenhaus. Jawohl. Ähm. Ist ja gut, ich bau dir schon jemand auf. Warte, warte doch mal. Wo bauen wir das am besten hin? Ist jetzt die Frage, ich denke mal, dass das hier unten hinpassen könnte, ne? Wartet mal. Schauen wir mal, wie voll das Ding wird. Zwei, fünf. Ja, passt. Okay, wunderbar, Freude, wunderbar. Ähm, Bildung kann wieder ein bisschen hoch. Jawohl, Mensch. Haha. Und wir haben jetzt unsere nächsten Flughäfen. Ist das nicht geil? Und das heißt, hier können wir auch wieder dann, ja, ein Gewerbegebiet reinmachen. So. Ich liebe einfach diese Musik hier. So, aber das machen wir später tatsächlich, weil der Pendelweg halt so lang ist, ne? So, ähm, da hätte ich allerdings gerne eine Monorail, die hier parallel zu dieser Straße verläuft. So. Auch hier. Verbinden wir die halt erstmal so, genau. Ein Kreuz mache ich hier nicht hin. Wobei. Wartet mal. Wie machen wir das am besten? Ähm. Ich hätte das, ich hätte ganz gerne, dass die nämlich so mit verbunden ist. Aber so. Dann einmal so und dann einmal direkt hier runter. Genau. Hä, kann man das nicht irgendwie anders machen? Wartet mal. Kann man das nicht so miteinander? Ach, nee. Ach, das ist doch blöd. Ach, das ist doch blöd, Leute. Jetzt mal ehrlich. Ja, das mit der Bondurail ist manchmal ein bisschen, ein bisschen, äh, ein bisschen frickelig. Aber dann ist es okay. Kommt, dann machen wir hier halt muss halt Stellung-Bahn-Station rein. So, dann haben wir den Platz einigermaßen sinnvoll gefüllt hier. Jawohl. Okay. Das passt. Ähm. Gute, gut. Weil dann können wir nämlich jetzt hier schön weiterbauen. Da kommt schon wieder das nächste hoch aus. Genial. So. Können wir das miteinander verbinden? Schade. Okay. Egal, aber nicht schlimm. Ich habe meine Flughafen-Monorail. So. Dann zack, zack. Überall eine Station. Damit die Leute auch schön hier mit dem Flughafen verbunden sind. So. Wunderbar. Auch wenn das wahrscheinlich nicht genutzt wird. Aber es ist halt, äh, hat halt Stil. Ah doch, guckt mal. Okay. Ja. Das wird, äh, ein bisschen was genutzt. Okay. Das finde ich gut. Alles klar. Ja, schaut euch das an. Unsere Finanzen sind richtig stabil hier. Ähm. Das heißt, die Bildung kann wieder hoch. Äh. Mach mal abbrechen. Äh, oder so. Genau. So passt das. Ähm. Genau, wie gesagt. Weil ich möchte nicht damit anfangen, hier mit der, ähm, mit den Steuern irgendwie rumzuspielen. Das ist, äh, nee, sinnlos. Gut. Äh. Äh, dann machen wir das so. Genau. Einmal eine Einbahnstraße. So. Dann geht's weiter. Wir machen jetzt nämlich hier weiter mit Wohngebieten, würde ich vorschlagen. So, ähm, vier, eins, zwei, drei, vier, so. Ich mach jetzt nämlich, ich mach jetzt nämlich tatsächlich viel auf einmal. Und zwar. Und zwar. Und zwar machen wir hier noch eine Polizeistation hin. Ja, wobei, wartet mal. Ähm. Das ist eigentlich besser, wenn die hierhin kommen, die Sachen, ne? So. Äh. Ja, komm. Wisst ihr was? Mach hier hinten eine hin. Ich meine, das kostet ja nicht viel. Ne? Das ist ja das Gute. So. Äh. Das war falsch, oder? Ne, gucken wir mal. So. Große Grundschule. Einmal Krankenhaus. Einmal große weiterführende Schule. Einmal Feuerwehr. Ja, woher kommt nach der städtischen Hochschule? Ja, das ist blöd. Das ist okay. Und einmal Feuerwehr. So, da haben wir jetzt nämlich wieder einmal Kompletti. Tutto Kompletti hier. Und, äh, genau. Dann. Verbinden wir das mal so damit. Wir sind gleich am Folgenende angekommen. Aber das Gebiet mache ich jetzt noch zu Ende. Tatsächlich. So, dann. Verkehrsanbindung. Ähm. Wir machen hier auch mal eine Verbindung nochmal. Eine Straße. Ich bin nochmal so. Genau. Verkehrsanbindung. So. Bushaltestelle. 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 Kommt hier unten auch. So. Dann verblicken wir das doch schön mit den U-Bahnen. Zack. Zack. Und zack. Wunderbar. Genau. Jetzt ist die Folge voll. Aber wie gesagt. Das heißt. Ähm. Das heißt. Oh. Fällt gerade auf. Ähm. Wir haben noch gar keine U-Bahnen am Flughafen. Äh. Ja. Müssen wir tatsächlich. Ja. Wobei. Jetzt haben sie das schon so schön zugebaut. Ist okay. Ist okay. Kommt. so. Dann Gewerbe. 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 Wow. Wie schnell ging das denn? Blaue Platte. Allee. Oh Gott. Oh. Wow. Wow. Geiler Sound. Geiler Sound. Und äh. Ja. Ich hab jetzt hier natürlich wieder vergessen. Ähm. Ähm. In der Mitte Platz für Bäume zu lassen. Ne. Aber wow. Das mit dem Kino. Das war ein geiler Sound gerade. Oh. Es war aber sehr laut. Der Sound ist. Das war ein epischer Sound. Muss ich sagen. Ähm. So. Das heißt hier. Ja. Genau. Wunderbar. Das heißt. Wir sind auf 1,5. Ah. Schaut euch dieses Wachstum an. Das ist geil. So. Geschenkchen kann weg. Äh. Genau. Bäume waren das. Die wir noch brauchen. Jawohl. Gut liebe Freunde. Da würde ich einfach mal sagen. Jo. Wenn euch diese Folge gefallen hat. Dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und äh. Lasst die Glocke läuten. Äh. Würde ich mich sehr freuen. Erzähl jetzt gerne weiter den Kanal. Und dann wenn ihr Bock habt. Mal ein bisschen privat zu quatschen oder so. Und in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Discord freut. So. Ich würde mich freuen euch da zu sehen. Und genau. Bis hier weiter geht es. Sehen wir doch beim nächsten Mal. Und da würde ich sagen. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Und einen schönen Tag. Ne. Tschüss. Tschüss.